So, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X, dem HD Remaster. Ja, beim letzten Mal haben New Bill Gemäneblatt gemacht und das sehr, sehr krass, muss ich sagen, vom Schaden her. Und ich danke übrigens hier an der Stelle mal Ika, weil Ika, er schreibt immer so schöne Kommentare von, und, äh, da wegen den ganzen Monstern, äh, Monstern, die hier auftauchen und was da Kimari lernen könnte, müssen wir, äh, mal noch nachholen. Aber wir werden ja noch spätestens bei, äh, ich will immer sagen, Bix und Wedge. Nein, die heißen Biran und Yenke. Äh, da können wir dann auch alles ziehen dann von denen. Das ist dann, wenn wir es jetzt verpassen sollten. Ja. Aber trotzdem, danke Ika an der Stelle und, äh, kann leider, warte doch, ich kann ein Herz zeigen, warte. Fight, fight, fight. So, ein Herz für dich, Ika, dass du immer so schön Feedback gibst. Da. Oh. Oh, ups, macht nix. Ach so, ja, hier geht's rein. Da so ne Kiste. Oh, halt, 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 halt. Nicht Modulo physisch angreifen, das ist nicht gut. Sorry, maybe next time. Sorry, maybe next time. Okay. 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 Ah, Mist. Okay. 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 Oh nein, das ist nicht gut. Inferno Feuersturm Ja, da kennt Yu-Gi-Oh Der schwarze, rote Augenrache Mit Inferno Feuersturm Und es ist tot Wow Wow This is the moonflow These are moonlilies They say that clouds of pyreflies gather here when night falls The entire river glows like a sea of stars Really? Really Hey, I got an idea We're not waiting till nightfall Then, once we beat Sin, we're coming back We're coming back Die haben alle vor Durst geguckt, Mensch Also, das sagte Whoa, what the Whoa What the Whoa What the heck Right, it's a shoe puff Right, it's a shoe puff All aboard Oh, walker At your service Hm Oh 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 Shoepuffs I haven't ridden one in so long What You've been on one of these Well, just once Ten years ago With Kimari Remember Shoepuff shook Una fall in water Shoepuff scoop up Una with long nose Una jump in three more times for fun Kimari worried Kimari happy Kimari happy Biron is troublemaker But Ronsal do not lie Summoners disappearing That was not lie Right, I'll be careful I lived in the city of Bevel Until ten years ago I moved to be saved After my father defeated Sin Kimari was with me the whole way Bevel It's the biggest city in Spira The main temple of Yevon is there Come on, let's get on the shoe puff Very dangerous in the near of Sto Blattgewalt Willst du werden Blattgewalt 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 Ah A history lesson Hm Jack saw his first shoe puff here He drew his blade and struck it W-why? He was drunk Thought it was a fiend Oh Brother Hm Hm. Nee. Boah, dieses Dreieck. Schon immer da oben? Das da? Oh, man sieht's ja gar nicht. Mal, geht die Maus. War dieses Dreieck immer schon hier? Sieht man die Maus nicht? Jetzt. War dieses Dreieck immer schon hier oben? Das da? Ist mir nicht aufgefallen, dass das Dreieck schon mal hier oben so war. Ist mir noch nie aufgefallen, ganz ehrlich. Hm. 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 Es ist kein guter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir finden einen Fohr, wo wir auf dem Fuß gehen können. Ja, Kapitän, Herr. Aber das dauert Tage. Wo es ein Willen gibt, es ist ein Weg. Oh, Mann. Das ist unser Kapitän. Wo es ein Willen gibt, es ist ein Weg. Es waren die Worte mit mir. Ich frage mich, wie der Kapitän Lucille macht. Ich frage mich gleich die Verse ai. Und wie der Heim ist. Oh, Mann. Ich frage mich. Oh, Mann. Wer hat mich? Heimlich, ich frage mich. Die kleine Mädchen werden nie auswählen. Genau? Genau. Viel zu teuer hier. Hm. Sind sie alle Probleme los? Da kommen die Probleme. Ja, den Wissensdorf können wir mal nehmen für durchschauen. Mit wenigstens wissen, welcher AP er hat. Meitchen! Gern. Sehr gut. Es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen über den Schuhpuff. Zum Beispiel, was sie essen? Sie essen nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Oh, ja. Hm. Nein. Na dann. Es gibt nichts. 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 Sie wollen nur für sie die Ziele verfahren. Hm? Ich bin nicht so sicher. Yevon hat uns taught. Wenn Menschen die Macht haben, sie versuchen es zu benutzen. Wenn du sie nicht verholtest, dann gehen sie zu weit. Hm. Ja, aber du benutzt auch Machina? Wie die Stenium und so. Ja? Yevon, es entscheidet, welche Machina wir nutzen können und welche wir nicht nutzen können. Also, welche Machina wir nicht nutzen können? Erinnerst du Operation Miehen? Das Kind. Oder Krieg wird wiederholen. Krieg? Vor mehr als 1000 Jahren, Menschen haben die Krieg benutzt, die Machina zu töten. Sie haben immer mehr und mehr Macht zu machen. Sie haben die Macht zu machen. Sie haben so stark gemacht. Es war gedacht, sie könnten die ganze Welt zerstören. Die Leute haben Angst, dass Spira wird zerstören. Aber die Krieg nicht stopt. Was passiert dann? Schmerz kam, und es zerstören die Stadt und ihre Machina. Die Krieg hat Ende. Und unsere Reward war Schmerz. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Was könnte das nicht anders? Es ist multifonlos. Die Lä은! Was könnte das nicht mehr machen. Was könnte das nicht mehr als hübschen werden? Was könnte das nicht mehr schlafen? Was könnte das nicht mehr als hübschen? Wasك? Das muss das nicht mehr schlafen sein. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ui, 699. Was, ein Schaden. Das ist eigentlich fast dasselbe Teil wie auf dem Schiff damals. Gegen was wir gekämpft haben, nur als unter Wasser. Ah, Immun. Ah, stopp, Stummenheep hilft. Oder? Nee. Na, man kann nicht eine Maschine verstummen, ne? Doch, könnte man schon. Normalerweise. Komm runter, wieder. Ja. Hm. Kann diese Stadt da im Hintergrund, die man sieht, die hätte ich gerne mal erkundet. Aber leider gibt es da nicht eine Möglichkeit, irgendwie mal die zu erkunden. Ah, sind wir schon mal auf Stummenheep, Mann. Also, Retard-Hüpfung sind wunderbar. Schlaf geht auch nicht, oder? Na, man kann nicht eine Maschine einschläfern. Nee. Nix da. Ach, ich fühle 6,99. Dann kommt er gleich wieder runter. Nehmen wir auch irgendwas Neutrales. Okay, wird's ein Wasserball. Ah! War kein Vernichten, schade. Wir hätten jetzt einen Elektroball machen können. Oh, ich versuche jetzt noch mal. Oh, ich versuche jetzt eine Maschine. Ich versuche jetzt zuerst, ich versuche jetzt zuerst. Hm. Ist everybody okay? Super full speed ahead. What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What do they have to uniform? Wait. They're mad they lost the tournament. Oh wait! They're mad about Operation Meehan! I wonder... Didn't Kamari's clansmen say something? About summoners disappearing? Ah, so the Outbet are behind that. Those sand plastic grease monkeys. Blasted grease monkeys. Hey, Waka. It's no use complaining about the Owlbed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Wieso sagt die das Danke so als Gebärdensprache? Frag ich mich bis heute. Warum sie das so als Gebärdensprache sagt Danke? So, hier ist ein Beispiel, wo ich mir kümmere. Erstmal einen Cut machen. Das ist gut. Gut, meine Lieben. Dann geht's beim nächsten Mal auf den Weg... ...oder beziehungsweise... ...nach... ...so Richtung Guado Salami. Yay. Gut. Dann sag ich erstmal... ...bis zum nächsten Mal und... ...ja. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ansthäinen... ...bis zum nächsten Mal. ...dannend. ...nach reinigen. ...un in die Rehobacht. ...nach reinigen. ...nach reinigen.